Jetzt die Aufklärung des Drogenmordes an dem Playgirl des Monats. Auf dem Herrenkanal. Jetzt reicht's. Ich gehe rüber zu Marcy. Sag ihr ein herzliches Gack. Ehrlich, Daddy, du bist manchmal wirklich ziemlich trampelig. Ich weiß. Komm mir bloß nicht so, Dumpfbacke. So, jetzt kommt die Stelle, wo sie sich auf der Flucht vor dem Echsenkönig das Knie verstaucht. Sie hat nichts zum Verbinden. Also muss sie Streifen abreißen von ihrem schon viel zu kurzen Rock. An der Stelle muss ich dich rausbitten, Dumpfbacke. Das Herrenpaket, Dad? Mit Weiberblockierung. Kelly, du fasst es nicht. Ich bin jetzt Testperson in der Studie über menschliches Verhalten. Und wie passt du da rein? Im Gegensatz zu dir auf dem Vordersitz des Autos. Aber lassen wir das jetzt. Das Wichtigste ist, ich verdiene dabei 300 Mücken. Wofür ich einen Erster-Klasse-Flug kriege auf der alten Amber Airline. Ja, als ob die ganz geil drauf wäre, dich wiederzusehen nach deinem kleinen Popcorn-Fummel-Trick im Kino.